Du sitzt gemütlich zu Hause, surfst im Internet, checkst deine E-Mails, vielleicht schaust du dir auch gerade dieses Video an. Alles scheint normal. Aber was wäre, wenn ich dir sagen würde, dass jemand gerade dabei sein könnte, deine geheimen Schlüssel zu stehlen, indem er mit einer Kamera die LED deiner Geräte beobachtet? Ja, nicht durch ausgeklügelte Hacking-Techniken oder durch das Knacken deines Passworts, sondern einfach durch das Beobachten des Lichts, das von deinem Gerät ausgeht. Das klingt ziemlich gruselig. Aber das ist genau das, was eine Gruppe von Forschern in einem Paper mit dem Titel Video-Based Crypt Analysis Extracting Cryptographic Keys from Video Footage of a Devices Power LED vorgestellt hat. Griffige Titel, wie immer. Naja, das Paper ist ziemlich viral gegangen und nicht nur einer von euch hat es mir geschickt. Und um deswegen ein wenig darauf aufmerksam zu machen, stelle ich das jetzt mal vor. Also, wenn du jetzt denkst, Moment mal, meine Geräte haben gar keine Power LEDs, Denk nochmal nach. Smartphone, Laptop, Smart TV, selbst Kühlschränke haben zu einem Großteil Power LEDs, also Lichter, die anzeigen, ob das Gerät an ist. Bei Smartphones wird es zugegebenermaßen zwar seltener, aber die anderen Geräte sind auch wichtig. So, und diese Lichter können in manchen Fällen der Schlüssel zu deinen geheimsten Informationen sein. Die Forscher, zu denen auch Ben Nassi gehört, der schon Vorträge an der DEVCON und der Black Hat gehalten hat, haben in diesem Paper gezeigt, dass sie durch die Analyse von Videoaufnahmen dieser LEDs geheime Schlüssel extrahieren können. Sie brauchen dafür nicht einmal physischen Zugang zu deinem Gerät. Sie haben das Ganze komplett aus der Ferne gemacht, indem sie eine Internetkamera verwendet haben, die eben auf das Gerät gerichtet ist. Also ja, deine geheimen Schlüssel könnten gerade jetzt gestohlen werden, während du gemütlich auf deinem Sofa sitzt und dir dieses Video anschaust und irgendjemand sich Zugriff zu deiner Überwachungskamera erheckt hat. Nur ein Szenario von vielen. Aber eben durch das Beobachten von dieser Power LED. Wir werden am Ende natürlich auch noch über Schutzmaßnahmen sprechen, aber dazu kommen wir später. Jetzt schauen wir uns mal die technischen Details hinter diesem Angriff an. Ah, und bevor wir starten, ich habe eine kurze Umfrage für euch erstellt, um die Inhalte meines Kanals noch ein bisschen besser für euch anpassen zu können. Darin geht es eben darum, was ihr gerne schaut, was euch glücklich macht und was euch vor allem am meisten hilft. Und es würde mir wahnsinnig viel helfen, wenn ihr mir das mitteilt. Denn im Endeffekt, darauf basierend, kann ich natürlich bessere Inhalte für euch erstellen, auch in Zeiten von KI. Und naja, am Ende seid ihr der Grund, warum ich das Ganze hier mache. Was ich überhaupt mache. Die Umfrage ist in der Beschreibung verlinkt und jetzt viel Spaß beim Video. Okay, kommen wir zu der entscheidenden Frage. How? Naja, der Angriff ist ziemlich clever und nutzt eine Eigenschaft, die viele Geräte tatsächlich haben. Sie ändern die Intensität ihrer Power LED in Abhängigkeit von der Prozessorauslastung. Und genau das macht sie im Endeffekt zu einem perfekten Ziel für diese Art von Angriff. Die Forscher haben einen Weg gefunden, diese Änderung in der LED-Intensität zu analysieren und daraus Rückschlüsse auf die Geheimschlüssel zu ziehen, die das Gerät gerade verwendet. Sie nennen das wie gesagt Video-basierte Krypto-Analyse. Klingt relativ kompliziert, aber vor allem beängstigend. So, die Methode funktioniert so. Die Angreifer nehmen ein Video der Power LED des Zielgeräts auf. Sie analysieren dann diese Helligkeitsänderung in diesem Video und können daraus Rückschlüsse auf die CPU-Auslastung des Geräts ziehen. Und naja, da die CPU-Auslastung oft mit der Verwendung von geheimen Schlüsseln zusammenhängt, können sie diese Information nutzen, um die Schlüssel zu extrahieren. Die Forscher nutzen also die Tatsache, dass die Intensität der Power LED mit der CPU-Auslastung des Geräts korreliert. Und das heißt, wenn die CPU hart arbeitet, zum Beispiel wenn sie eben den geheimen Schlüssel verwendet, dann verbraucht sie mehr Strom. Und das wiederum führt dazu, dass die Power LED heller leuchtet. Wenn die CPU also weniger hart arbeitet, leuchtet die LED weniger hell. So, das nehmen die Angreifer jetzt auf einem Video auf. Also diese Power LED. Und dann werden die Helligkeitsänderungen in diesem Video gemessen. Also, wir haben jetzt ein Video der Power LED unseres Zielgeräts. Übrigens, in dem Paper haben die Forscher das Ganze mit einem iPhone 13 Pro Max aufgenommen. Also jetzt keine High-Quality-Super-Spionage-Kamera, sondern eine Handy-Kamera. Aber wie kommen wir von da, also von den RGB-Werten jedes einzelnen Pixels eigentlich zu einer Zeitreihe, die diese CPU-Auslastung repräsentiert? Das ist der nächste Schritt in unserem Prozess. Also, die Forscher nehmen eine Technik namens Bild-zu-Zeitreihe-Konvertierung. Ich habe es übersetzt zu euch. Im Grunde genommen nehmen sie die RGB-Werte jedes Pixels in jedem Frame des Videos und konvertieren sie in einen einzigen Helligkeitswert. Sie tun das, indem sie einen gewichteten Durchschnitt der RGB-Werte berechnen, indem sie einfach das menschliche Auge simulieren. Also, wir nehmen grünes Licht ein bisschen stärker wahr als rotes oder blaues Licht. Deswegen wird grünes Licht ein bisschen stärker gewichtet als rotes oder blaues. Und so kann man die rot-, grün- und blau-Werte einfach kombinieren in 1 und hat einen gemeinsamen Helligkeitswert. Einen Wert im Endeffekt, der angibt, wie hell euer Bild gerade ist. Und das kann man für jedes Frame des gesamten Videos machen und bekommt einen einzigen Helligkeitswert für jedes Frame. Wir haben also eine Zeitreihe, weil ein Video hat mehrere Frames pro Sekunde, normalerweise so ungefähr 24 bis 60, je nachdem. Okay, diese Zeitreihe repräsentiert jetzt im Grunde die Änderung in der Helligkeit der Power-LED im Laufe der Zeit. Und jetzt kommt der wirklich clevere Teil. Da die Helligkeit der Power-LED mit der CPU-Auslastung, wie gesagt, korreliert, repräsentiert diese Zeitreihe im Grunde genommen die CPU-Auslastung des Geräts im Laufe der Zeit. Mit anderen Worten, sie haben eine Art Fingerabdruck der CPU-Auslastung von dem gesamten Gerät. Und das nur, indem sie ein Video der Power-LED aufgenommen und die Helligkeitsänderung analysiert haben. So, jetzt, wo wir diese Zeitreihe mit den Helligkeitswerten haben, können wir im nächsten Schritt diese Information nutzen, um den geheimen Schlüssel zu extrahieren. Und ja, was soll ich anderes sagen? Hier haben wir halt doch wieder ein KI-Paper. Naja, maschinelles Lernen, um genau zu sein. Das ist keine KI im klassischen Sinne. Die Forscher verwenden also eine Methode namens Supervised Learning. Bei dieser Machine Learning-Methode haben sie eine Menge von Trainingsdaten, die aus Zeitreihen der Helligkeitswerte, also das, was wir haben, und den geheimen Schlüssel, also das, was wir wollen, bestehen. Sie verwenden jetzt also diese Daten, um ein Modell zu trainieren, weil man kann ja unendlich viele von diesen Videos einfach bauen, beziehungsweise von diesen Zeitreihen. Und das bedeutet, wir haben beliebig viele von den Zeitreihen und zugehörigen privaten Schlüsseln. Die kann ich ja einfach generieren. Und das heißt, ich habe genug Daten, um ein neuronales Netz zu trainieren oder ein anderes Machine Learning-Modell. Die genaue Art des Machine Learning-Models ist leider nicht genau spezifiziert in dem Paper. Es könnte sich, wie gesagt, wahrscheinlich um eine Art neuronales Netz handeln oder um irgendeine andere Art von Modell, das für Zeitreihen-Daten gut geeignet ist. Und das Modell wird dann mit einer Reihe von Optimierungstechniken trainiert, um die Genauigkeit der Vorhersagen zu maximieren. Der Prozess kann dauern, ja, lange, und er fordert eine ziemliche Menge an Rechenleistung, aber das wissen wir eher. Sobald das Modell trainiert ist, können die Forscher es verwenden, um aus einer gegebenen Zeitreihe einen geheimen Schlüssel vorherzusagen, und dazu brauchen sie nur noch diese Zeitreihe der Helligkeitswerte und bekommen diesen geheimen Schlüssel raus. Das Modell gibt dann eine Vorhersage aus, die natürlich auch falsch sein kann. Das Modell ist, oder die Methode, ist nicht immer perfekt. Es gibt immer eine gewisse Unsicherheit generell beim Machine Learning. Aber die Forscher haben gezeigt, dass sie mit dieser Methode in der Lage sind, geheime Schlüssel mit einer erstaunlich hohen Genauigkeit zu extraieren. Das ist ziemlich beeindruckend, weil man bedenkt, dass alles, was sie brauchen, ein Video der Power-LED war und ein KI-Modell. So, jetzt, wo wir diese ganzen technischen Details durchgegangen sind, lasst uns mal kurz auf die tatsächlichen Ergebnisse gucken. Welche Geräte wurden angegriffen und wie erfolgreich war dieser Angriff wirklich? Die Forscher haben ihre Methode an verschiedenen Geräten getestet, darunter sechs kommerzielle Smartcard-Lesegeräte, die sie auf Amazon einfach gekauft haben, und ein Samsung Galaxy S8-Smartphone. Smartcards, für die Leute, die sie vielleicht nicht kennen, sind die Dinger, die man zum Beispiel benutzt, um in ein Hotelzimmer reinzukommen, oder in Bürogebäude, etc. Ja, und ein S8-Smartphone, naja, ist nicht die neueste Generation, aber, na, Smartphone als Proof of Concept. Sie haben aber auch indirekte Angriffe durchgeführt, bei denen sie die Power-LED von Peripheriegeräten, die mit dem Zielgerät verbunden waren, also zum Beispiel, ich schließe mein Smartphone an einen USB-Hub an, und dort gibt es eine Power-LED. Das hat teilweise auch schon gereicht. So, und naja, jeder kann das mal tun, jeder kann behaupten, er hat Ergebnisse. Was waren die denn genau? Sie waren in der Lage, einen 256-Bit-ECDSA-Schlüssel, also einen wirklich aktuellen Standard, von einer Smartcard zu extrahieren, indem sie Videomaterial analysiert haben, das, wie gesagt, von einer internetverbundenen Kamera aufgenommen wurde, die 16 Meter von der Smartcard entfernt war. Sie konnten auch einen 378-Bit-Zeig-Schlüssel von einem Samsung Galaxy S8 extrahieren, indem sie Videomaterial analysierten, das von einem iPhone 13 Pro Max aufgenommen wurde. Das Video zeigte die Power-LED von Lautsprechern, die an denselben USB-Hub angeschlossen waren, der zum Aufladen des Samsung Galaxy S8 verwendet wurde. Ja, diese Methode, wie gesagt, ist nicht perfekt, und es gibt immer eine gewisse Unsicherheit in den Vorhersagen von so einem Modell. Aber die Forscher haben gezeigt, dass sie mit dieser Methode in der Lage sind, geheime Schlüssel mit einer erstaunlich hohen Genauigkeit zu extrahieren. Wenn man nämlich einfach genügend Videomaterial hat, lange genug wartet und das Verfahren nicht nur einmal durchführt, sondern einfach mehrmals hintereinander, dann sinkt die Rate an Fehlern beim Extrahieren des Schlüssels auf 1%. Das ist relativ beeindruckend, finde ich. Aber bevor wir uns zu sehr in diesen tollen Erfolgen sonnen oder Angst davor bekommen, sollten wir uns auch die Einschränkungen und möglichen Gegenmaßnahmen ansehen. Denn, naja, wie bei jeder guten Geschichte, gibt es hier zwei Seiten von derselben Medaille. Okay, der Angriff ist beängstigend, aber definitiv keine Panik wert, wenn ihr mich fragt. Das liegt an mehreren Gründen. Erstens, die Methode ist nicht perfekt. Wie gesagt, Videokameras sind nicht das Beste. Sie sind definitiv weniger empfindlich als zum Beispiel Fotodioden, die viel subtilere Änderungen in der Helligkeit von LEDs erfassen können und wahrscheinlich dann auch ein bisschen genauere Ergebnisse liefern würden. Daher liefert eine Fotodiode normalerweise auch eine höhere Empfindlichkeit und, naja, dadurch eben auch ein höheres Signal-Rausch-Verhältnis als eine traditionelle Videokamera. Eine iPhone-Kamera hingegen ist nicht unbedingt die beste Option, die man hier hatte, aber halt eine, die jeder zur Verfügung hat. Zweitens, die Methode ist auf Geräte beschränkt, deren Power-LEDs ziemlich detaillierte Informationen über den Stromverbrauch des Gerätes überhaupt preisgeben. Einige Hersteller haben die Korrelation zwischen dem Stromverbrauch des Geräts und der Intensität der integrierten Power-LED in der Konstruktion der elektrischen Schaltung mittlerweile entkoppelt. Aus sinnvollen Gründen, wie man merkt. Allerdings können Angreifer, wie gesagt, diese Herausforderung überwinden, indem sie diesen indirekten Angriff durchführen. Also, ihr schließt zum Beispiel euer Smartphone an ein USB-Hub an, das noch so eine Power-LED hat. Dann kann dieses Leck von der Power-LED schon ausreichen, um das verbundene Gerät zu entlarven. Zudem wissen wir nicht genau, welche Hersteller und vor allem welche Modelle hierfür angreifbar sind. Gerade bei Smart-Cards ist das also ein ziemlich gefährliches Unterfangen. Denn Smart-Cards benutze ich nicht zu Hause in einem abgeschlossenen Raum, in dem normalerweise keine Kamera drin ist, sondern halt an öffentlichen Gebäuden, wo eine Kamera auch mal 16 Meter entfernt durchaus stehen kann. Und wenn ich eben denselben Menschen siebenmal filme, habe ich eine einprozentige Fehlerrat, um seinen Schlüssel zu extrahieren. Für den Moment bleibt also eine ganz besonders sichere Taktik für all eure Geräte, bei denen ihr nicht ganz sicher seid. Bis dahin, vergesst nicht, das Licht auszuschalten, liebe Hexen und Hexas. Man weiß ja nie, wer zuschaut im Cyberspace. ? ? ? ? ? ? ?